ARD Text im Auftrag von Funk Ha, die Väter-Sau ist als Erster angekommen, Bitches! Alter, das war jetzt wieder lustig, oder? Das ist genauso lustig gewesen, wie er jetzt auch das vom Auto erfasst wurde. Das war das Geiste! Das ist einfach den doppelten Überschlag und Batz an, sonst... Aber Artis hat es dann nochmal erwischt, ne? Mit dem Auto. Ey, wer hat versucht, das Sackern zu richten, ist gestorben. Wow. Es soll bald einen Alkoholfahr-Simulator geben. Für, für Sicherheit und fahren, blablabla. Lade neu! Wow! Wie schlecht das Add-on ist, muss jetzt mal ein altes DCs, muss da jetzt ganz ehrlich was sagen, oder? Das ist verpackt wie Schwuchtloch. Ja. Weil ich denke, du bist gerade so, ich schieße auf den Gegner. Erstens, gut, es kann an der Connection liegen, ist er jetzt 20 Sekunden nach Tod. Ähm, und das Zweite ist eben... Wieso schwimmt meine Waffe? Warum nicht? Sag wohl, das ist schon so gesehen. Keine Mitz? Kann natürlich aussehen. Oh, hier hätte man jetzt so einen Massaker machen können. Aber nein, ich hab zu lange gewartet. Ich lade! Ah, hier ist der Mann! Die nächste Kugel ist extra für dich! Will mir einer hier ein Bettel-Lekore geben. Das ist der Plan! Ich kann grad nicht. Ich kann grad nicht. Braucht du irgendwie einen Edi? Äh, steht der mit Typen? Leul! Komm, Alter, ich krieg Abfahrt! Du hast die Luft gemessert und mich jetzt in die Luft... Ach, da oben! Wo denn? RPG-Hurensohn! Alter! So viel zu unserem Sniper, ne? Alter, ich denk mir so, du messerst mich und ich explodier, ich glaub's auch. Ich hab kein Sniper mehr dabei. Ach so. Ach, ich leb' ja wieder. Scheiße. Ich muss, es ist halt jeder, den hier, ne? Okay, egal. Ah, ich war jetzt auf Rainbow! Hier, komm! Batz, Messer in die Fresse! Oh! Und den Blick am Start, hä? Wenn du in der Rainbow... Wenn du in der Rainbow machen würdest, hättest du aber zwei fette MGs und den Bogen. RPG, wo ist der? Ich seh' niemand! Oh! Boah! 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 Wieso nur mich vor allem? Ich kann den nicht mal heilen, ne? Ist denn das klar? Alter! Du bist aus dem Kampfgebiet, ich kann dich ja nicht heilen! Natürlich kannst du da jemanden heilen! Nein, eben nicht! Ich kann... Ich schwimm da, aber kann ich nicht heilen! Wo ist er? Boah! 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 So, ich hab zwei RPG-Hörings gefällt! Schön. Mach das mal ein Relief, dann gehen wir weiter. Mach du das im Relief, dann redest du gar nicht mehr. Genau. Wie habe ich das? Wollen wir denn eigentlich so eine StarCraft sehr stoppen? So zeigen, wenn wir was fehlen? Ich weiß ja nicht, weil mein Kanal ist halt jetzt so groß und stark und dein Kanal ist halt jetzt so weiß. Die ich jetzt machen kann. Das hätte übrigens lustig sein sollen, ne? Ist es aber nicht. Ich sag später. Okay, da ist ein Stipe und ein Ziegler drauf. Ich wüsste das klar? Lach auf dem Rest der Treppe, okay? Ach, was? Wo ist ein Stipe oder da? Gut. Säubere die Drogenfarm, wenn hier niemand nirgends Drogen sind, ist es keine Drogenfarm. Es war mal eine. Okay. Dann muss da ehemalige Drogenfarm stehen, aber nicht hier Drogenfarm. Ey, klar. Kampfschrei! Danke. Ruf mal hinten. Nein! Was? Was ist denn? Zwei Pumkan-Heinis. Wo? Jetzt ist er tot. Warum nur? Sniper hier! Oh, jetzt bin ich irgendwie scheiße. Ich wollte es eigentlich gar nicht rüberbringen. Oh, jetzt bin ich irgendwie scheiße. Ich wollte es eigentlich gar nicht rüberbringen. Braucht irgend der Medi. Jetzt mal ernsthaft, haben wir jemals Medi von einem anderen gebraucht? Nein. Nur Wiederbelebung. Ich schlug nicht genau. Wo müssen wir jetzt hin? Das Biest noch da? Ja, ja. Oh, der geht mir auf den Sack, der Junge. Wer? Biest. Weil der mich da und zuspammt. Alter! Leif und in Farbe. Wie immer und das sieht aus, als hättest du dir übrigens blau in die Hose geschissen. Danke. Ohne Mist jetzt. Er hat sich blau in die Hose geschissen. Das sieht doch so aus, oder? Ich weiß nicht. Ich bin noch nicht da. Was nehmen wir denn jetzt? Nehmen wir die Farmers. Alle fit? Nö. Gimmo. Was muss der falsche Weg sein? Das ist der falsche Weg. Jetzt ist die falsche Richtung. Ja. Richtig geil. Es ist die falsche Richtung. Es ist die falsche Richtung. Aber viel Spaß, Pivone. Biest du siehst aus, als wärst du eigentlich mal wirklich während dem Laufen so mit dem Gesicht in den Boden geschrammt. Tue aber genauso, Mann. Oh, scheiße, Alter. Ja. Er hat mich jetzt in den Spur gestalten gelassen, oder? Doch. Es ist halt solch ein Drecksack, wüsst du das? Yolo. Jaaaa. Das war echt die falsche Richtung. Schau mal auf das Schild. Durch den Auto über dem Co. Da waren wir vorhin schon. Das ist der falsche Weg. Weil dank euch sind auch keine Gegner hier oder sowas. Dann ist ja gut. Naja, ich tue mich auch mal hier umbringen und dann gucken wir mal. Nein, 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 mach noch, komm. Bissin Zeit-Shinten. Hau sie weg. Auch wenn sie nicht da sind. Ich muss zurück. Toll, ey, weil ihr muss so weit nach vorne rennt. Oder nach hinten. Tja, ich bin so gestartet und da dachte ich... Muss halt. Mhm. Slash IPC-F47. Definitiv. ... um um alle er ist der coolste der leute jetzt brennt er alles ab Alter, reiß dich zusammen, ey. Entschuldigerweise. Cool, er schwebt ein Auto und er läuft. Geil. Au! Zurück ist der Tür schon hoch. Weicht nicht zurück, schulde dich! Sorry, Alice. Genug geredet. Darf ich mit dir das? Mein lieber Herr hier hat gerade gesagt, suck it up! Ich hab... Wir machen immer so kleine Kunststückchen, wenn man sie töte. Ist mal aufgefallen? Nee. Ich hab ihn erschossen, er schmeißt seine Waffe so richtig schön hoch und fällt auf den Boden. Die sind, glaub ich, alles so Ausdruckstänzer. Aber die üben die Synchro immer ein. Die sind alle von der Waldorfschule. Da kennt sich viel von aus, glaub mir. Waldorfschule ist gegenüber von meiner Schule. Nur unterrichtet da. Das sind die noch größere Ausdrucks als die auf der Hauptschule, ohne Mist jetzt. Alle am Kippen, Saufen und die Hälfte der, also, so ziemlich alle Weiber müssen ihr letztes Jahr leider abbrechen, weil sie schwanger sind. Der ist aber froh, da kannst du dir nichts sehen, wegstecken. Super, aber der ist gut gemacht. Ja, ne, auch das war's. Also, mit den schwangeren Weibungen. Ja, ja. Oh, das geht in der Mittagspause immer rüber und lässt ihn schwingen. Genau. Willst du reißen, wie gut mit dem Spätbrusch, ne? Ich mach's einfach wie so ein Elefant. Ich lass meinen Meter da runterhängen und schieße in zwölf Lied einfach hin und her. Ja, ich habe mich exzessiv mit der Sexualität der Elefanten auseinandergesetzt. Sonst habe ich den Sniper getötet. Oh, das guckt Elefanten vor uns. Da ist ja noch ein Sniper. Da sind ja auch noch viel mehr. Nein! Alles! Ich hab verste... Ey, Pima, schau doch mal nach oben. Ich brauch so eine Silikonhülle für meinen Controller, damit der nicht kaputt geht, wenn ich ihn irgendwo hinwerf. Und holst du alles? Schlüssel dabei, meine ich! Nee! Nichts Schöne, die Laufkorn. Man soll es in Hallen. Ha, Lappen. Der Mangelsinnett. Er hat's gesehen. Das ist der Fallste Weg. Was warten wir hier eigentlich? Äh, ich schon am Dach. Wie bist du überfuggekommen? Hedge. Das ist irgendwie so Natomalarm gerade. Das Natomalarm. Oder so. Ja, hier kommen wir ganz, ganz viele Gegner. Wollt ihr das wissen? Wo? Ja, mir hier unter hier. Unter mir. Uli, ich habe mir... Äh, 4, 5, 5, 5! Und ein Vetter! Holy Shit, Alter! Hunde! Herr Korps sagt, da kann ich keinen Hund, äh... Hunde! Ah! Töte doch mal einer den Hund! Du wärst ein Goldtabü gewesen! Du wärst ein Goldtabü gewesen! Du bist die Zeit, Alter! Nein! Oh fuck! Oh mein Gott... So habe ich... Guck mal, hast du den Hund? du hast denn nee ich bin tot ach Bastard äh da war ja der Hund ist gerade mit den Hinterbeinen in meinem Torso stecken geblieben und hat mich dadurch getötet super yeah bis dann tot ach ich würde für das jetzt alle gleich klitschen gehen wir gehen alle aufs Dach oder ja warte Waffe in the one nimm den RPG mit nimm den RPG mit ja das ist Steph ja ha LMG passt perfekt weißt du wie ihr aufs Dach kommt und soll ich euch helfen äh help ok ich geh einfach mit ich hab gerade bloß Waffen gesehen ich auch jetzt hier komm mit komm mit komm mit durchlaufen egal was für angezeigt wird oh und halt's Maul aus dem Kampf da ja wir haben ja wir haben wir haben wir haben das ist doch schon aufgeschossen aber wir haben geschossen Alta oder erst jetzt Fickte hier wir könnten nur hinten stehen bleiben weil da ist nämlich ein dickes Mg nur so als Info echt nicht schlecht gut nach ist noch damals es wie es nicht geboren war die Welt war nicht schön sauer genau da war er ab ab der Seele in sogenannten 8 gesehen ja wirklich schlecht und die Schlau ja doch besser die Leute im Dorf ist erwähnt sie lassen die Brücke drunter wenn ihr da seid da siehst du was siehst du was äh tschuldig siehst du was ja ins Nappel sehe ich Hund ja was rennt so weg die die vor allem egal ich will doch das doch die Kastenlaufen es hätte ich ja auch und auch zu Wort er also wir müssen uns dann schon mal irgendwo Ecke verkämpte nur noch was und die ist weit bei ich weiß ich sag ob es um die ist in der Stadt um das war noch warte Die machen wir aus. Was müssen wir aus? Ja, dass du nur Zeit hast. Okay, du hast die schon. Wieso ladenbehinderte Menschen bei Facebook Bilder von sich buchen? Weiß ich nicht. Hast du nicht auch ein Bild von dir? Nee, bei Facebook nicht. Nein. Nicht mit meinem Online-Account, mit meinem Public-Account. Äh, bei deinem Fine Group. Ja, aber den hat ja keiner. Schon wieder unsichtbar. Komm mal einfach so. Bubble, Bubble. Ja, super, Far Cry. Mein RPG lädt nicht nach. Was? Wollen wir mehr? Hunde, 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 Hunde. Diesmal nicht unsichtbar. Wir sind weg. Ah! Ich wix die einen nie noch mit dem Scheiß-O-G, ey. Der ist gleich tot. Jetzt kommt doch gar nicht so Flying Dog across the map daher. Ach, bitte schön. Du bist so Flying Dog across the map. Was? Was? Du hast schon mal einen Hund durch die Kante geschmissen, oder was? Ich will gar nicht wissen, was du noch mit den Hunden machst. Ey, was du mir eine Frau machst. Ach, du weißt, du vorn gefällst. Der Hund auch. Hm. Hilfe! Hilfe! Nein, Hund! Du rotst doch alle nieder, oder? Doppel-Hunde-Kill! Ich werde dir ab sofort keinen Hund mehr töten. Mir tut mir leid. Kannst du mich helfen, ey. Es ist wie hier, ähm, ja, ich geh nicht in die Kirche mit ner Waffe, ey. Ich kann nicht schießen. Ich kann nicht schießen. Ich kann nicht schießen. Ich kann nicht sch... Ah! Ich kann nicht schießen! Es ist Zeit! Wir müssen zu den Docks, bevor es zu spät ist! Äh, gibt's ja eigentlich auch Munition? Ne, nur weil ich nur exklusiv! Wir können nicht wahren! Ja, das hat nichts. Wie Achtung! Er hat Molotovs! Die Dockbewohner werden sterben, wir müssen los! Ich kann nicht schießen, weil das du jetzt wie verpasst ist. Ich kann überhaupt nicht schießen, weil ich gar keine Muni hab. Und nur... Wir haben größte Problem mehr als die Ebola-Süchte... Ebola-Krank von Kindern in Afrika. Weißt du nicht mal, was das ist, Alter? Ja, aber es ist ein langes, kompliziertes Wort, was keiner sau schreiben kann. Weißt du, was Anorexia ist? Nimo, weißt du das? Das haben die Kinder in Afrika, die tun nur so, als hätten sie können essen. Die haben einfach nur Anorexia. Ja, jetzt müssen wir wissen, was das ist, ne? Oh, Flammenwerfer! Oh, guck mal, Bacon! Das hat ein bisschen geräuchert. Was das ist, hat es sein ... Was ist das, was sie zu tun tun hat? Hallo, wir haben... Nein! Nein! Ich komme! Ich habe den Blockbuster 19-95 in der Hand! So 95 So 95 Hab ich 590 gesagt? Ja Meinst du selbstverständlich 45 Sonst wär's ja nicht so lustig Flammenwerfer Ich brauch Explosives, wo findest du? Da sind Boote! Na, wo ist? Was? Hier, Hälfte mir mal bitte, danke Und Boote Doch Komm, schrei, komm, schrei Boote, Boote Danke Leute, hier hinten gibt's auch noch Action, ne? Ja, ich bin schon hier Ja, umdrehen Wir sind sind auch hinten gemein Ah, ich bin's Boot anstatt das zu halten Cool Noch ein Digga Die schießen aber gleich nicht auf das Boot Ich bin nicht fast tot Schnell Boot 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 Ich bin dabei Ich bin dabei Der lebt da nicht Da, du Ey ich fühl ich... Wann... Hab ich eigentlich... Wann hab ich da echt gesagt so, dass du dich dußen? Da ist der Moment, wo ich dir so eine Ball haben werde. Ich will eben noch sie, ne? Für dich immer noch sie. Ja, ich dachte ja, du bist so. Fingst respektvoll. Ja. Ich komme hier wieder aufs Land, ich will im Wasser, man. Kümmern sich jetzt eigentlich mal bitte irgendwie auf dem Boot mit. Ja, ich bitte kann noch ein bisschen, ich will den Block, was da 45 einsetzen. Ich komme nicht mehr hoch ans Land, ich bin im Wasser und komme nicht mehr hoch. Ey, bist du geistig zurückgeblieben, oder was? Sind Sie geistig zurückgeblieben? Oh, er ist zu groß. Uh, 2! Wie wollen, wie wollen? Wie wollen, wo ist MG? Okay. Dann müsstest du auf den Steg locken. Auf den Steg kann ich die schönen... BIMON! Äh, BIS, komm doch hier! Ah, du. Da sind zwei, da sind drei große Leute, man. Da sind drei große. Geh, Willi, da zu dir kommt. Easy. Oh, die rotzeln so sehr aufs Boot. Dann repariere, ich mache die Typen kalt. Ich bin ins Bett. Was ist? Ich bin ins Bett. Boah, die sind aber ganz schön hartnäckig gestuhlt. Die räumen jetzt gleich auf bei dir, Alter. Die kommen auch nicht bis zu mir. Blockbuster 45! Dschüss! Na, Flammenwerfer. Dschüss! Dschüss! Du wüsstest denn die Flammenfass der Flammen 30 stellen oder so. Vorsicht, Dicke! Ok, Bies ist tot Achso, ich wollte jetzt gerade retten gehen Oh Gott ey Wuhuu Ah Bieste Kleine Bitch da Du, ich bin leider nur mein Body man, du träumst von so nem Körper alter Sag das erst, wenn wir wirklich wieder zurück in der verkackten Situation sind Diese Kurven, die sind einfach Ah Rache ist ein dreckiges Geschäft Ich schätze, so schnell werden die Menschen nicht vergeben Ob die sind, auf dass ich schwarz bin, ist alles ok Der war böse Der war nicht wirklich böse, er kam nur hart Mhm, du kennst das, ne? Ich komm immer hart Das war das ganze DLC Nein, das war der erste, erste von zwei Teilen Ok, dann würde ich sagen, wir machen den Cut rein, oder? Wäre ganz gut, ja Jo, dann verabschiede ich mich hier mal Haut rein, Jungs Vergesst meine Weisheiten nicht Abonnieren, verabschieden, komischen, liken, ist sowieso klar Ist sowieso alles gekuttet Das ist überhaupt nicht die Cut in das General Meiste Kills, ne? 138 Deine Mutter Meiste Kopfschüsse, ne? Meiste Wiederbelebung Wettbewerbsgewinner Ja, schön für dich Meistens Special Kills Ich bin ein bisschen voll erbärmlich Weißt du, da freust du dich, weil du deine Ehe stehst, ne? Ist eigentlich schon so frei Wir sind erbärmlich, aber wir haben Geld Das ist wirklich so Gut Leute, ich würde sagen, wir machen mal eine Pause Und jetzt Feste Tai